Hi Hi! Der Unterschied zwischen einem Horrorszenario und Comedy liegt oft in der Musik bzw. kann diese großartig unterstützen. Ich erzähle euch jetzt mal eine Kurzgeschichte und da werdet ihr ganz schnell merken, wie die Musik supportet, wie man heute so schön Neudeutsch sagt. Okay, das wird jetzt ein bisschen hart, weil es sehr persönlich sehr privat ist. Mein Großvater fiel in Stalingrad. Ich habe ihn nie kennengelernt. Na ja, auf alle Fälle, irgendwann stand halt wieder auf, ging zurück nach Istanbul, wurde dort Busfahrer und nach Bayerabend wurde er von einem Taxi überrollt. Das kann in Istanbul ganz schnell passieren. Puh, ja. Let's live. Tut gut, drüber zu reden. Puh, ja. Let's live.